ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren filmkritik auf diesem kanal beziehungsweise zu einem weiteren dvd review und heute haben wir vorliegen yeti der schneemensch aus dem jahren 1957 von wall guest beziehungsweise the abon enabled snowman von den hammer studios und welcher film könnte sich bei dieser berühmten hitze besser eignen als einer der im ewigen eis des himalayas spielt beziehungsweise in den studios denn man sieht schon ziemlich deutlich dass es hierbei um studio aufnahmen handelt aber egal mit peter kushing der hier in seiner zweiten rolle für die hammer studios glänzen kann denn das hier ist sein zweiter film für das benannte studio nach frankensteins fluch und deswegen kann man ihn natürlich noch in einer sehr jungen rolle spielen obwohl er irgendwie auch immer gleich alt aussagen muss man ja auch sagen also irgendwie hat er sich während seiner filmographie ob man jetzt einen film von dem aus den 70ern oder 40er oder 15ern guckt irgendwie sah er immer gleich aus aber egal ja in der hammer edition von anolis hier als nummer vier hier auf dem spine auch dieser schöne rot gelbe schriftzug finde ich sehr sehr schön und natürlich dann dieses plakat das finde ich auch ganz nett es gibt bessere hammer plakate das trotzdem wirklich cool denn dass dieses plakat kann die mystik und die atmosphäre dieses films doch ziemlich gut rüberbringen hier dieser schatten des schneemenschs der hier diese zwei bergsteiger verängstigt das ist wirklich ganz nett gemacht und natürlich hier das geheimnis des himalayas immer irgendein deutscher beitritt ist ja auch egal und vor guest hat auch schon mal bei den hammer studios regie geführt und zwar unter anderem für die ersten zwei quarter mass filme schock aus dem jahren 1955 und feiner aus dem nichts also quarter mass 2 aus dem jahren 1957 ja dann gucken wir mal einmal rein und wie wir es bei anolis kennen in der hammer edition haben wir immer ein kleines buckel beiliegend auch wenn das hier diesmal ja er wirklich dünn ausgefallen ist auch wenn die schrift ziemlich klein ist antworten bei diesen alten filmen gibt es halt meistens eher wenige hintergrund infos aber es ist trotzdem sehr sehr interessant diese dann halt nachzulesen ja dann haben wir auch die list da haben wir das gleiche cover drauf und dafür ist auch ab zwölf jahren vorgegeben das heißt wirklich horror ist es eigentlich so sehen wir ihn auch schon peter cushing noch ziemlich jung und natürlich auch man sieht es sind wirklich studioaufnahmen geht es überhaupt es geht um eine expedition nach nepal war es glaube ich genau wo peter cushing unter anderem dabei ist und diese wollen sich auf die suche nach dem mysteriösen schneemenschen nach dem yeti machen also auf die suche nach ihm und sie werden da auch fündig ja da entwickelt sich da so eine klaustrophobische atmosphäre auf dem himalaya weil der yeti natürlich die gruppe nach und nach dezimiert beziehungsweise nicht unbedingt der yeti aber es kommt auch zu streitigkeiten unter den bergsteigern und man sieht den yeti nie ganz auch bis zum ende man sieht ihn immer nur angedeutet und das finde ich sehr sehr cool das ist nämlich eher horror oder grusel der sich im kopf der zuschauer abspielt das heißt man muss sich selbst in den gedanken den yeti irgendwie denken und das finde ich das coole der film ist nämlich wirklich atmosphärisch auch wenn er in den studios spielt und mit der cushing hat man natürlich noch einen absoluten topstar und der macht den film alleine irgendwie schon sehenswert aber es geht halt auch nicht unbedingt darum was der yeti macht sondern wie die leute auf seine direkte bedrohung auf diese indirekte versteckte bedrohung reagieren deswegen würde ich sagen es ist auch kein typischer hämmer film mit schock momenten sondern eher ein kleiner unterschwelliger besonderer horrorfilm der sich auch nicht für alle eignet also der geht auch 90 minuten in dem innern also knapp 90 minuten jetzt hier eine stunde 26 aber er hat in der mitte das muss ich auch sagen ein paar längen aber das ende finde ich dann wieder wirklich richtig gut gemacht das ist auch wirklich mal ein ganz anderes ende wie man das kennt und deswegen finde ich diesen film hier halt wenn man sich die herr anderen hämmer filme anschaut wirklich was besonderes und ich glaube als fern kann man sich auf jeden fall mal anschauen und wir haben ja auch noch ein audiokommentar von volgast und nigel neil wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe und nigel neil der hat ja auch schon mal bei den hammer studios einige drehbücher verfasst ja und zeigt ihr halt dass er wirklich auch die dialoge schreiben kann das heißt es geht ja nicht nur um ja dumpfen horror und irgendwelche schockmomente sondern es gibt wirklich ein bisschen intelligentere ort die man von den hammer studios vielleicht auch gar nicht so erwarten würde aber er hat halt einige längen aber der anfang und das ende insgesamt ist doch wirklich ganz nett und an solchen heißen tagen die heute oder allgemein momentan kann man sich den wirklich mal anschauen und an hol es hat ja auf jeden fall eine sehr sehr schöne frau rausgebracht ja dann danke ich euch dass ihr mir zugesehen habt schreibt mir gerne in den kommentaren wie ihr diesen film fandet man sonst sehen muss das nächste mal tschau